Mein Name ist Susanne. Ich bin verantwortlich für den ganzen Kursablauf, für die Stundenpläne, für die Instrumente. Ich schiebe alles hin und her und koordiniere und organisiere. Es ist sehr anstrengend. Es geht von früh bis spät in die Nacht, aber ich mache es gern, wenn es die Leute zum Errhythmus bringt. Das ist ja unglaublich gut. Hallo, hier ist Susanne Na. Ich bin seit Anfang des Jahres bei Tamburimundi und kümmere mich hier vor Ort vor allem um den Service Point und hoffe, bei allen Belangen gute Hilfe leisten zu können. Ich habe mich ansonsten um die Ausstellung gekümmert. Ja, hallo. Mein Name ist Carolina. Ich bin so quasi das Märchen für alles. Also ich mache Organisation, Koordination, habe den ganzen lieben langen Tag was zu tun und ja, zusätzlich noch die rechte Hand von Murat und ja, genau. Und wir kriegen das gleich ganz gut hin. Danke, wunderbar.